Frohe Weihnachten euch allen und schöne Weihnachtsfeiertage. Ich habe mir gedacht, an Weihnachten kann ich doch ein kleines Weihnachtsvideo machen. Ist doch auch mal schön. Zu Silvester wird es allerdings ein etwas größeres Special geben, voraussichtlich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da alles reinpacken werde. Und worum es überhaupt geht, da habe ich grobe Vorstellungen, aber ich will noch nicht so viel verraten. Schaut es euch dann einfach mal an, dann wisst ihr es. Mit diesen Worten, es ist ja nur ein kleines Video, verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Auf Wiedersehen.